Ja who cares Geh mir nicht auf den Sack, geh mir nicht auf den Sack, geh mir nicht auf den Sack, du nervst, du nervst Halt deinen Maul Alter, geh kaputt Ja du heilst ja noch oder was, von wegen, da weg, kaputt ey, Junge Was ist denn mit dir kaputt? Sobald du die Lupe, hab ich beides, hab ich beides So boah, das gibt mir irgendwas geiles Danke Egal, ich hab schon mal, ich hab schon mal die Herzteile Treppen Jaja, sehr kompliziert, ich, ich Oh nein Oh nö Oh, das sind ja echt alles kack Dungeons Oh wait, ich muss ja hier, ich muss ja die Treppe Start Start Das ist so dumm Das ist so dumm Aber du hast auch noch ne Treppe Ne, dann nehm ich dich nicht Nehm ich dich hier Was ist das für eine Müllaufgabe? Ah No what Nein, da Ja, so ist brav Gut Äh Aber das ist ja auch wieder scheiße ey Okay Oh man ey Der ist günstig Äh Nehmen wir den Oh ne, nicht du, du bist Hä Das sind ja lauter Zwischenbosse Was ist das denn? So Nehmen wir mal alle Bosse Jetzt hab ich die ersten drei Hab ich schon gehabt Den auch Der fehlt Der fehlt Die beiden fehlen noch Wenn ich, wenn ich den hier gehabt hab Äh Das ist so bescheuert Ach, ich kann dich gar nicht da setzen Oh Weg Ich hab in der Ausrichtung nicht mal meine Treppe Ei, ei, ei Oh der war Äh Du bist immer Nein Du bist immer gut Dann mag ich dich ganz gerne Dann Dann irgendwas, was mich nicht ankotzt Das ist wieder so ein Plattenraum Der ist in Ordnung Oh, welchen Boss hab ich hier? Nein, will ich gar nicht Äh Okay Du bist auch immer in Ordnung Irgendwas billiges brauch ich jetzt noch Du bist billig Ich nehm mich Die sind auch billig Oder gibt's den billigeren? Der ist billig Nehmen wir den Dauern nur noch Ein Abschluss Hallo Doxxers Sobald du die Lupe bekommen hast Ja, ne, passt Also, äh So Äh Äh Nur noch kostliche Schatztruhe Ich hasse es jetzt schon Ich hasse es einfach jetzt schon Okay, die kann mir eigentlich egal sein Und tschüss Das war jetzt relativ easy Ach, Sorda ist das Okay, hallo Sorda Ja, whatever Ach, das wird das Who cares, man Who cares Who cares Vor der Haustür Okay, das guckt mal links Was ist das? Was ist das? Dann muss ich dich von der anderen Seite schmeißen Oh, also nicht What the fuck? Dieses Teil geht mir auf den Sack Egal, du gehst mir auf den Senkel So Aber mir ist auch egal, was du denkst Du blöder, komischer, kacktoten Kopf Ich hab so viel Leben Ich renne einfach durch Und das interessiert mich nicht What the fuck? Hey, komm her Komm her Hallo, ich bringe dich um So, Thema durch Okay Du weißt nicht, wer Sorda ist Aber du hast sie oder ihn Sorda genannt Also Ist okay Ich bin ich und nicht Sorda Okay Wie geht's euch so? Ja, alles gut Das hier ist jetzt nicht das geilste Rätsel Aber egal Egal Ich muss halt diese Kack hier durchmachen Wirklich wollen tue ich nicht Aber Hilft dir alles nix Und was dieser Raum soll Verstehe ich bis jetzt noch nicht Das ist so bescheuert Dieser ganze Raum Alles Die Aufgabe ist Dumm wie Stroh Hier Okay Ähm Ah, du bist tot Komm her Komm her Äh So Okay Ich laufe währenddessen Gegen eine Wand Während die Truhe spawnt Das ist kein Thema Okay Wie geht's denn dir? Sorda Ei, 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 ei Soviel zum Thema Ihr wollt mich alle töten Das hat ja gut funktioniert Okay Gehe ich richtig in der Annahme Dass Die Zahl der Rubini Die da drin ist Davon abhängt Oh nö Nicht du Vor allem ich komme Von der falschen Seite Ah, schön Das ist ein Liebergegner Ich mag den total gerne Selbst wenn was schief gehen würde Der tropft nicht weh Alles gut Also welche Farbe willst Ich glaube blau, ne Genau Easy So Gut Okay, wer ist denn Lukas? What? What? Wo? Wer? Wie? Wie? Ich habe wieder den scheiß Topchat an Es tut mir leid Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder einige Nachrichten nicht gesehen Es tut mir leid Es tut mir leid Moment Habe ich alles bekommen Also wait Wait Anton kennt Wen hast du begrüßt, Anton? Hast du dich verschrieben? Jetzt bin ich verwirrt Ich bin sehr verwirrt Aber egal Du bist Lukas Okay Boah, sie haben noch nie mal mehr was kaputt gemacht Diese Loser Solche Noobs Solche Noobs Einer mit C Vermute ich, lieber Anton Einer mit C Tja, ihr konntet mir gar nichts Ja, habe ich nicht Jetzt bin ich verwirrt Also, jetzt muss ich die wahrscheinlich zusammenklatschen Sowas nennt man Insider Okay Ich habe keine Ahnung Ah, ein Klassenkollege Cool Oh nice Letzter Raum Diese Goombas werde ich mir nicht holen Die bringen mir eh nichts Daher haue ich einfach ab Okay Tschüss Das hier bringt mir eh nichts Zack Ah, okay Cool Das freut mich sehr So, jetzt gibt es hier kostenlose Truhe Wenn ich mich nicht täusche Genau Okay Tschüss Also Tschüss Michi Aber was ist denn das für ein Insider Erklär mir den mal Ich will auch innen drin Sein Achso So war das gewesen Öki Ich habe keine Ahnung Was ist denn das für Das scheint nicht so effektiv zu sein Ach, jetzt muss ich das nicht machen What Alter Hä, was muss ich denn tun Ich weiß nicht, wie ich den Box besiegen muss Muss ich da irgendwas reinschleudern Pfeil oder so Nein Okay Wie muss ich dich umbringen Äh Äh Oh wait What Hä Wie war das noch gleich Ich weiß nicht mehr, welches Alter ich gekriegt habe Wenn ich den besiegt habe Also das ist nicht des Rätsels Lösung Ganz offensichtlich nicht Äh Pegasus Stiefel Ja, aber wie Hier durch Da bin ich doch niemals schnell genug Ja, komm jetzt Komm, auseinander Achso Geht von oben nicht, oder wat Achso Achso Ja, natürlich offensichtlich Von oben geht das nicht Das geht nur von unten Weil die What Ja, natürlich war ich schneller Weil ich wusste, welches Item ich bekommen habe Und dann ist ja klar, dass ich genau das veröffentlichen muss Was Also In ні Passt Passt